Heiho und herzlich willkommen zurück bei Gears of War 4. So, gehen Sie gegenüber eines Gegners in Deckung, halten Sie die Vorwärts-Tasse gedrückt und drücken Sie X, um ihn rüberzureißen. Okay, machen wir mal. Und jetzt bewegen Sie sich auf einen Gegner zu und drücken Sie Y, um ihn hinzurichten. Das machen wir mal. Da habt Ihr Eure Exekution. Es gibt aber, denke ich mal, auch wieder verschiedene Arten von Exekution. Der eine vorhin lag ja am Boden. Und wahrscheinlich werden die Exekutionen nicht mehr so glimpflich wie beim dritten Teil. Dort fand ich sie... Okay, es gab schon Brutale, aber so... Ich glaube, ich habe die gar nicht so brutal in Erinnerung vom dritten Teil. Das fand ich noch relativ human, muss ich sagen. Bei dem Spiel hier bin ich mir nicht so sicher. Ja, aber wir werden sehen. Ich habe auch Gears of War 3 wirklich vor Ewigkeiten gespielt. Das ist jetzt auch schon wieder... ...vier, fünf Jahre her. Krass, wie schnell die Zeit einfach vergeht. Nein, kein Verfolger. Verfolger sind doof. Wie zerstört man die denn? Muss ich die treffen? Ja, okay. Da wäre jetzt tatsächlich... ...ne Shotgun ziemlich geil. Aber wenn ich sie... Na, wie schmeckt euch eure eigene Medizin? Wenn ich sie nicht treffen würde, dann... ...dann bringt das auch nichts. Nein, nein, nein. Wo? Von wo kommen sie? Ach, da vorne kommen jetzt normale. Okay. So, komm, Headshot, Headshot, Headshot. Haben wir. Ach, wir haben kaum Munition mehr. Wir müssen... ...glaub ich, bald die Waffe wechseln. Ach, hier ist noch einer. So. Das sollten alle sein. Sieht jemand sowas wie einen Ausgang? Da vorn ist ein Sicherheitstor. Verschlossen. Wartet, ich muss eine Sekunde nachdenken. Ich will eigentlich den Retro Lancer nicht tauschen. Und ihr zwei seid ganz sicher keine Chorspione? Ja. Onkel, bitte. Du glaubst auch, die KOR habe die Sturmfronten erschaffen. Na, selbst wenn. Wenigstens mussten wir euch nicht erst beibringen, wie man ein Gewehr hält. Was ist los mit euch Noncons? Der Großteil von Rainers Leuten kann sich nicht mal die Schuhe zubinden. Ach, zum Glück, mein Onkel hat mir mal das Schießen beigebracht. Kann froh sein, dass ich überhaupt noch mit ihm rede. Hey, ich war eine große Hilfe. So kann man es auch nennen, wenn man es nicht so genau nimmt. Aber immerhin. Das finde ich auch geil. Wie die Stimmen verändert werden, je nachdem, wie weit man weg ist. Wenn man nah ist, dann sprechen sie normal zueinander. Und wenn man etwas weiter weg ist, dann wechselt das zum Funk. Das sind so kleine Details, auf die achte ich einfach und ich finde sie einfach mega cool. Dass man sich überhaupt so einen Aufwand macht, nur damit die dann anders klingen, finde ich echt geil. Da kommen doch jetzt bestimmt wieder welche. Was heißt denn gleich? Zwei sind down, bevor sie überhaupt aussteigen konnten. Okay, nee, doch nicht. Einer war down. Jetzt habe ich keine Munition mehr. Super. Boah, ich muss die Waffe jetzt wechseln. Ich weiß auch nicht, wie das bei Verbündeten aussieht. Wenn ich jetzt meine Waffe wieder zurückfordere von ihm, ist die Munition dann voll. Wo ist er denn? Gegen geladene Waffe tauschen? Aufgepasst, da kommt noch ein Wagen! Ui. Sehr cool. Sehr cool. Oh Gott, da sind, da sind Sucher, Dinger. Verfolger. Das Schrot kann ich eigentlich gerade mal gar nicht gebrauchen. Gib mir eine andere Waffe. Was? Wie kein... Oh Gott. Ja, komm, die ist besser. Die muss besser sein. Okay, die Munition wird nicht automatisch aufgeladen. Sie haben nur Munition. Irgendwie, irgendwo. Ich will gar nicht wissen, wo sie die stecken haben, aber gut. Vor Marsch! Weitere Hürden zerstören! Ziel identifiziert! Wörter nach! Ist er jetzt down? Ne, ist er nicht. Jetzt ist er down. Ist noch der da hinten? Komm schon! Komm raus! So, der ist auch weg. Und wieder keine Munition mehr. Ernsthaft? Jetzt muss ich doch gegen so ein Ding wechseln hier. Ich weiß gar nicht, können die Dinger töten, oder? Irgendwie verbindet man so Elektrozeug ja mehr so mit nicht tödlichen Waffen. Wobei andererseits ging so ein Roboter. Die Waffen sind nur scheiße ungenau von denen. Ich will nicht stören! Nein! Komm schon, komm schon, komm schon! So! So, jetzt hier noch Munition schnappen. schnaben ach da ist auch gescheite munition dabei ich will meine alte waffe wieder ich will nicht den mist hier tragen wo ist sie hin wo ist sie hin oder hat die einen ein verbündeter aufgenommen ich weiß gar nicht auch mann warte 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 dann gib du mir hier die waffe zurück fünf munition vielleicht finden wir noch etwas irgendwo und dann halt eben noch diesen dämlichen verstrecker und da kommen schon wieder verfolger stepp nein sehr schön wie es sind gesenken aber gerade explodiert scheiße 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 ich muss hier weg ich muss hier weg oh man die musik die musik ist einfach krass da ist einer direkt vor mir auch kacke da los so sehr schön hier können wir noch muni abgrasen ja die waffe ist jetzt nicht scheiße muss man schon sagen sie ist ein bisschen ungenau aber man kommt klar mit ihr dann kommt auf jeden fall klar mit ihr und ich meine hier gibt es munition im überfluss von dieser waffe weil halt auch jeder dieser wachen diese waffe trägt so das bauzentrum ist direkt hinter dieser mauer falls die sich nicht zufällig öffnet wir müssen ein weg außenrum finden verstehe ich nicht die überfälle wurden auf befehl meiner mutter eingestellt wozu die ganze security was hast du etwa keinen spaß okay sehen wir uns um vielleicht finden wir ein weg dadurch vielleicht das wäre möglich irgendwie wie denn hier kommen wir rein du musst ein baby haben okay 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 hier kommen wir rüber gibt es da was interessantes weg weg ne wieso kommen wir denn hier rüber das tut auch nichts keine ahnung wieso wir hier rüber kommen ich hätte zumindest mit irgendwie einem sammlerobjekt oder sowas gerechnet aber gar nichts meine mutter hat mich zum glück immer von dem ganzen kram ferngehalten ja aber es hilft ja nichts wir müssen die gegend neu bevölkern ach ja kann ich mitmachen oh gott die da war mir schon in dem video nicht wirklich sympathisch außerdem egal wie doof das jetzt klingt und egal wie gemein das klingt dieses muttermal hier über ihrem auge das ist einfach nur das lenkt voll ab und wie sie schon da sitzt also da steht wie wie so ein diktator glaubt die 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 hat nach dem krieg oder nach den kriegen sich die macht einfach an sich gerissen das ist das bauzentrum wenn sie dem protokoll folgen und das tun sie immer okay der fabrikator ist da drin und dieser wartungsschacht ist unsere eintrittskarte worauf warten wir noch gehen wir endlich zu der zugangstür wartungseingang betreten hier ist sammlerobjekt yay ich frag mich ja wann noch echte menschen dazu kommen core geburtspamphlet 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 hab ich noch nie gehört boah muss ich nachher erstmal googeln was das ist äh warum gentherapie weil ihr kind zu wichtig ist um es dem zufall zu überlassen unsere äußerst talentierten reprogenetiker helfen ihnen beim entwurf ihres wunschbabys boah das ist irgendwie mies also ich weiß nicht es hat schon irgendwie was zu sein sein eigenes kind zu entwerfen dann würde es entweder viel zu viel asoziale auf der welt geben oder es gibt endlich mal weniger asoziale auf dieser welt aber nee das das nee das muss man der mutter natur überlassen das sollte man nicht machen in sowas einzugreifen das ist mies nee vor nee das kannst du doch nicht machen vor allem wenn man das macht als ob die da nicht noch irgendwie sowas hinfälschen damit man nur noch ihnen gehorcht also so der regierung sag ich mal kontakt nicht zur voreilichungspunde was jetzt kontrollpunkt ach nö verfolger und andere wachen denk ich mal gleich neun nein 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 wow oh god diese Verfolger sind mies diese Verfolger sind nein 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 die Verfolger sind einfach nur mies die sind echt mies Leute! Wo ist er? Da! Komm! Bam, bam, bam! In die Fresse! Dann du! Nein! Scheiße! Verfehlt! Ja, du kriegst Schaden! Du! Ja, der ist down! Der da auch! Ja! Der! Nein! Der hat überlebt! So eine Sau! Und wir haben wieder mal fast keine Munition mehr! Und dann schieße ich auch noch daneben! Nee, mit Third Person, ich weiß nicht, da kann ich nicht so richtig zielen! Ich versuch's, ich versuch's, Leute! Und vielleicht wird sich's ja noch etwas bessern, aber da muss ich erstmal reinfinden! So, der ist weg! So, der ist weg! okay jetzt müssen wir wohl da rein ich möchte mich hier aber noch umschauen und dann würde ich sagen alles klar mein computer geht gerade ab was ich sagen wollte ich würde sagen wir schauen jetzt noch mal rum ob hier irgendwas sinnvolles liegt zum beispiel hier granaten oder auch munition irgendwie sowas und dann beenden wir diese folge hier sammlerstück und schauen dann nächste folge weiter sturmfront verhaltens regeln erfolg sammler fünf kampagnen sammlerstücke gefunden okay für den fall einer sturmfront bewahren sie ruhe ihr zuhause ihre familie und ihre siedlung sind sicher sollte der winddamm ihre siedlung was ihre siedlung eine fehlfunktion haben begeben sie sich in einer der geräumten schutzräume was geräumigen schutzräume ihrer siedlung nach vorüberziehen der sturmfront werden hirten eventuell schutthaufen beseitigen okay schon merkwürdig wenn alles irgendwie von robotern und so weiter abhängt das war doch klar dass jetzt irgendwelche feinde noch kommen das war doch so klar das war jetzt auch knapp das war knapp leute aber wir scheinen doch ein paar mitgerissen zu haben auch wenn nicht viel hauptsache sie sind weg so wie wir hier alles in schutt und asche schießen er ist weg und jetzt noch der da hinten und schon so ach da ist auch noch einer so sehr schön ja können wir nur noch munition aufsammeln und hier vielleicht noch eine granate und dann wie gesagt sehen wir uns in der nächsten folge wieder und dann schauen wir mal was es dort drin so auf sich hat also was wir dort finden wen wir dort finden warum wir überhaupt dort sind das werden wir wohl noch früh genug herausfinden und ich muss echt sagen ich finde das spiel echt hübsch ich finde es einfach wirklich hübsch gerade mit den bergen da hinten und dann irgendwie alles so auf modern so übelst krass roboterisch modern und dann dennoch so eher eher ja so eher alt gehalten ich wusste mal diese architektur bezeichnungen aber als was man das zählt kann ich euch jetzt nicht sagen aber genug gelabert wir sehen uns in der nächsten folge ciao ja ja Untertitelung des ZDF, 2020